Moin, ich habe noch ein schon ein bisschen länger her entstandenes Video für euch, was ich euch aber natürlich nicht vorenthalten möchte. Und zwar haben wir die neuen Geländehindernisse eingeweiht, die ich euch im Mischmasch-Video gezeigt habe. Ich bin mit Kaspar auch selber mitgeritten. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich komplett weiß gekleidet bin. Ich bin an dem Tag mein Reitabzeichen 3 geritten. Und deswegen hatte ich die Klamotten einmal an und dann habe ich sie auch anbehalten und mich jetzt nicht umgezogen, bevor ich Kaspar geritten bin. Ja, Kaspar war an dem Tag so ein bisschen blubb und er nimmt ja sowieso sowas wie Kreuze insgesamt nicht besonders ernst. Und was an dem Tag gefühlt überhaupt nicht geklappt hat, waren die fliegenden Wechsel. Er ist dann immer nur vorne umgesprungen und war dann auch egal, was ich gemacht habe, aber ich habe mich dann einfach nicht ärgern lassen, in Anführungsstrichen, und das einfach dann so hingenommen. Es war halt ein Tag, an dem fliegende Wechsel nicht so unser Ding waren. Wir haben aber erstmal ganz entspannt angefangen. Also wir haben natürlich die Pferde Schrittrappgalopp erwärmt und dann haben wir erstmal wie so eine kleine Acht aus den zwei Kreuzen gebaut, dass man jedes Kreuz von jeder Hand einmal geritten ist, um die Pferde einfach erstmal so ein bisschen an die Sprünge heranzuführen und aufzuwärmen. Das war jetzt für keinen wirklich ein großes Problem. Bei Paula und Merlin ist es aber auch so, dass das richtige Landen am richtigen Galopp, bei dem manchmal noch schwierig ist, und Merlin kann keinen fliegenden Galopp wechseln. Das heißt, wenn sie falsch landet, muss sie durchparieren zum Trab und nur angaloppieren. Deswegen üben wir das natürlich relativ intensiv, dass sie wirklich über dem Sprung das Gewicht korrekt verlagern, damit er auch richtig landet und sie nicht immer über den Trab durchparieren muss. Aber das hat hier ja eigentlich schon ganz gut geklappt. Der letzte war jetzt so ein bisschen abgestorben. Aber gut, dann haben wir Johanna und Merida im Angebot. Ja, bei denen ist das so ein bisschen das ähnliche Thema mit diesem Wechselsprung. Merida kann den fliegenden Wechsel, aber man muss sie schon erstmal in einem recht ordentlichen Grundtempo reiten, damit sie die durchspringt. Und dann muss man sie auch relativ energisch wechseln lassen. Ich weiß nicht, wie ich es gerade richtig beschreiben soll. Das ist halt so ein Gefühl. Und bei mir klappt es so zu 90 Prozent, aber bei Johanna hat es jetzt an dem Tag nicht so gut geklappt. Aber ich finde, das ist ja jetzt auch erstmal kein Problem. Also dann prägt man einfach kurz zum Trab durch und galoppiert neu an. Also ich sehe da jetzt keinen Albtraum drin, sage ich jetzt mal. Und als letztes mit dabei war noch Maren und Percy. Bei den beiden ist ja auch, also das war insgesamt so ein bisschen auch, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, Vorbereitung für Nordhausen. Das Video habt ihr ja schon längst gesehen. Deswegen ist es diese Gruppenzusammenstellung, weil wir sind ja mit den Pferden und Reitern so nach Nordhausen gefahren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen hier nochmal so ein bisschen Stangen und unsere Geländehindernisse nochmal so als Vorbereitung. Und genau, bei Maren und Percy wäre es immer so ein bisschen Tempokontrollverlust hier. Die Züge sind halt immer sehr, 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 sehr lang. Und dadurch ist halt Percy mehr so am Entscheiden. Und Maren sieht gut aus. So, jetzt haben wir einmal den Wassergraben einzeln gemacht. Der sollte eigentlich für keins der Pferde ein Problem sein. Auch dieses Gewechsle, ne? Der kann das. Der kann das eigentlich wirklich. Und dann das kleine Häuslein unten mitgenommen, glaube ich. Aber ich musste erstmal den Galopp noch korrigieren. Deswegen bin ich jetzt hier einmal auf so einen Mittelzirkel gegangen, damit die Hinterhand dann netterweise auch mal den Handgalopp findet. Und dann unten das kleine Hausdach. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig jetzt gebaut, weil man das aus der Wendung rauskommt und das halt rechts, links keine Begrenzung hat. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber, ja, müssen Sie durch. Ich bin jetzt nochmal gegangen, weil mir so über die linke Schulter weggesprungen ist. War jetzt nicht viel besser. Aber, hey, ist ja nicht schlimm. Immer noch mit der Handgalopp. Aber grundsätzlich Wassergraben ist eigentlich für diese Pferde, die wir jetzt hier sehen, alle kein Thema. Also das ist, wir haben so eine kleine blaue Plane. Die hat Mellermann netterweise für uns gemacht. Und das ist eigentlich für die alle jetzt kein Problem. Genau, Paula sollte das Häuschen erst einmal aus dem Trab kommen, weil die Wendung halt schon ein bisschen tricky ist. Und man da schon einen guten äußeren Schenkel haben muss. Das hat aber dann auch gut geklappt. Und dann ist sie gleich nochmal aus dem Galopp gegangen. Gekommen. Geritten. Gesprungen. Mal gucken, ob mir noch mehr Worte einfallen, um das zu beschreiben. Und das hat jetzt auf der Höhe auch noch gut geklappt. Sie hat sogar besser mittig getroffen als ich. Jetzt kommt Johanna mit Merida. Auch hier Wasser jetzt kein Problem. Wir haben übrigens die Sprünge, also die Kreuze auch wirklich bei Kreuzen belassen, weil es ja jetzt an dem Tag überhaupt nicht gar rum ging, um irgendwelche krassen Höhen zu springen, sondern die Sprünge waren halt mehr so Ergänzung, weil wir ja jetzt nur drei Geländehindernisse, also eigentlich vier, weil das vierte muss noch angemalt werden, bis jetzt haben. Da wird ja jetzt nicht nur diese drei Hindernisse an dem Tag springen. Der Mann musste hier nochmal einen Zirkel einbauen, um den Handgalopp zu finden. Maren und ich könnten so ein Team machen. Eigentlich kann Percy, eigentlich kann Percy den fliegenden Wechsel von unseren Pferden am saubersten, weil die ist ja mit ihrem Vorbesitzer auch schon M-Springen gegangen. Also eigentlich kann die die am besten. Aber, also ich habe das auch mit Danny rausgeritten gekriegt. Die muss man irgendwie, da weiß ich nicht, speziell reiten. So, und jetzt haben wir einmal das wundervolle Kreuz, fliegender Wechsel, wenn man falsch gelandet ist, und den Reifensprung. Das war jetzt für Kaspar auch kein großes Problem. Der war aber, wie gesagt, an dem Tag so ein bisschen, ich habe mich viel reingetrieben, da kam jetzt nicht so besonders viel. Dann kommt Paula einmal hier rüber, muss einmal Galopp korrigieren, wieder angaloppieren. Aber auch jetzt der Reifensprung war, ehrlich gesagt, für keinen jetzt wirklich ein Problem. Also das haben die alle ganz brav gemacht. Ich finde, der ist schon ein bisschen wuchtig. Also schon ist jetzt kein Geländereiterniveau mehr, sondern schon eh Gelände, denke ich. Aber, ja, ist halt vielleicht für die Pferde auch ganz logisch. Also die haben da jetzt, da hatte jetzt wirklich keiner irgendwie, irgendwie ein Problem. Johann hat sich das auch nochmal machen lassen, weil sie die erste Distanz so ein bisschen ungünstig war. Aber, jetzt kommt Percy noch. Fliegender Wechsel allerdings nur vorne. Also nochmal circa. Ja, und das ist so ein bisschen, Maren verliert sie dann immer so ein bisschen, weil sie zieht sie dann so ein bisschen am Zügel nach vorne. Und da kriegt sie es einfach noch nicht hin, stabil im Oberkörper zu bleiben. Puh, da habe ich immer kurz die Luft angehalten. Aber Percy hat es gerettet, deswegen musste sie es aber jetzt trotzdem nochmal machen. Eine bisschen bessere Distanz. Das hat man jetzt natürlich nicht gesehen, weil ich direkt davor geritten bin, aber es war jetzt besser. Und dann haben wir einmal einen ganzen Paco daraus gebastelt. Das Häuschen haben wir nochmal hoch gemacht. Das war jetzt auf 87 Zentimeter. Ja, fragt mich nicht, das ist halt so eine komische, krumme Zahl, wenn man da die große Unterbaute drunter macht. Häuschen war Sprung 1. Dann hier Sprung 2. Fliegender Wechsel. Oder halt auch Kreuzgalopp. War mir jetzt auch Wurst. Wir sind hier im Parcours, da wird weitergeritten. Reifen. Jetzt haben wir auch einen Handgalopp. Menschen Skinners. Dann wie war Wasser. Wie war Wasser. Sehr gut. Jetzt durch die ganze Wand wechseln. Kreuz und dann direkt nochmal Reifen in die andere Richtung. Ja, das war jetzt schon in Ordnung, was wir hier gezimmert haben. Das war jetzt nicht the best of the best, aber es war in Ordnung. Man muss auch mal zufrieden sein. Ich habe das Tanzen getroffen. Ab und zu hatten wir eine Handgalopp. Es hat aber im Parcours jetzt besser geklappt. Nur halt diese erste Wendung hier von dem durch die ganze Wand wechseln zu den Reifen. Die war halt blöd. Und die Tonne haben wir einfach locker flockig mitgenommen. Dann war Johanna mit Merida dran. Das Häuschen war ganz, ganz knapp noch. Ganz knapp noch Häuschen. Aber andere Räteweg hätte ein bisschen optimaler sein können. Jetzt einmal falscher Galopp. Hat sie jetzt hier korrigiert. Durch die ganze Bahn wechseln. Da ist so ein bisschen noch die Feinabstimmung. Hier ist wieder Kreuzgalopp. So zwischen vor und nicht zu viel vor. Also sie kriegt sie ja auch nicht besonders gut durchs Genick. Was jetzt vielleicht auch im Springen nicht unbedingt der wichtigste Punkt ist. Aber ich reite Merida ja selber. Damit die einfach eine saubere Galopade hat. Und da auch einfach, man auch einfach variieren kann in der Galopade. Ob man jetzt vor oder zurück reitet. Muss man die halt einfach ein bisschen durchs Genick bekommen. Weil sonst stöpselt die halt einfach nur irgendwie vorwärts. Und dann wird es halt schwierig mit passenden Distanzen. Also da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr Dressur mäßig arbeiten. Dass sie die so ein bisschen schöner durchs Genick bekommen. Weil jetzt stöpseln die halt einfach irgendwie vorwärts. Und das klappt auch alles auf der Höhe. Aber perspektivisch wollen wir uns ja natürlich weiterentwickeln. Und dementsprechend. Achso. Haben sie die nochmal gegangen? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Dementsprechend ist das da der nächste Entwicklungsschritt. Ja. Ihr könnt euch schon denken, dass es bei Paula und Merlin ein bisschen schwierig war. Wenn ihr jetzt bei der Aufnahme seht, dass zwei Pferde eine rechts oder eine links stehen. Hat ein bisschen gedauert. Und hat mich ein paar Nerven gekostet, bis sie über dieses wundervolle Häuschen gekommen ist. Aber am Ende hat es geklappt. Da müssen wir auf jeden Fall an der äußeren Begrenzung noch weiterarbeiten. Weil das war echt ein Problem. Habe ich ja vorher schon erwähnt, dass der Sprung an sich natürlich schwierig steht. Weil er aus der Wendung rauskommt. Und weil er auch nach beiden Seiten hin offen ist zum Ausweichen. Aber da müssen wir auf jeden Fall weiterarbeiten, dass die äußeren Hilfen so passen, dass sie solche Aufgaben auch lösen kann. Ohne dass man ein Pferd rechts und ein Pferd links entstellt. Ansonsten war das eigentlich ganz ordentlich, wenn sie dann den Flow drin hat. Ja, was jetzt im Parcours halt wieder auffällt, da hat es halt jetzt mit dem richtigen Landen eigentlich gar nicht geklappt. Weil sie ist dann halt sehr fokussiert auf, welcher ist mein nächster Sprung, wie geht es im Parcours weiter. Und dann vergisst sie halt das, was wir vorher geübt haben, mit Gewicht richtig verlagern. Und dann muss sie halt eigentlich nach jedem Sprung durchparieren. Und das ist dann halt auch ein bisschen ungünstig. Aber da müssen wir halt einfach weiterarbeiten. Das ist ja schließlich ein Training. Und da arbeiten wir logischerweise an den Baustellen und nicht an den Sachen, die schon total sicher klappen. Weil sonst hätte ich ja das Trainingsziel irgendwie ein bisschen verfehlt, würde ich sagen. Ja, bei Maren habe ich es jetzt vorher schon 7083 Mal gesagt. Das ist das nächste Trainingsziel einfach nicht so passiv, nur drauf sitzen und sagen der, der, der. Sondern halt einfach ein bisschen mehr Einfluss nehmen. Das sieht man jetzt im Parcours halt auch sehr, sehr gut. Das ist halt, Pörsi wird halt einfach immer schneller. Maren hat einfach nicht besonders viel Einfluss. Dadurch werden halt auch alle Linien sehr, sehr schwankend. Weil sie halt einfach den Zügel viel, viel, viel zu lang hat. Dadurch das Pferd auch nicht in ihre Hilfen einschließt. Und klar ist dieses, ja, hier haben sie ja noch gefühlt den halben Sprung umgewalzt, die Walznasen. Das ist so ein bisschen das Resultat daraus. Und klar ist es für Maren natürlich einfacher, den Zügel loggen zu lassen, weil sie sie da nicht so vorziehen kann. Aber ja, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!